Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Sector. In der letzten Folge waren wir da vorne. Hier kommen gleich ein paar Infizierte, wie wir wissen. Nur woher kommen diese Infizierten? Wir werden sehen, wir werden sehen. Also schluss greifen wir uns mal den Koffer da. Okay, Abwehrkraft. Da hinten liegt noch was, an das wir gar nicht rankommen. Da vorne. Sieht eigentlich lustig aus, aber gut. Zwölf Schuss noch. Ganzhaft. Oh scheiße. Oh fuck. Ich kenne ihn doch. Ich kenne ihn doch. Hey, ich zieh den Kopf ein. Lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Da kommt bestimmt gleich noch mehr. Hayden. In der letzten Folge, da haben wir ja ein bisschen kürzer gemacht, weil ich ein bisschen leicht beschäftigt war. Musste danach noch zu Oma und alles. Das war jetzt ein stressiger Tag. Oh shit. Boah, da schreit irgendwas größt. Boah, im Ernst jetzt? Verarscht mich doch nicht, Mann. Na toll. Blöder Scheiß-Infizierter. Der spackt da voll durch die Gegend. Ah, verfehlt. Dich kriege ich, dich kriege ich. Ah, so knapp. Leute, so knapp. Da knirscht immer noch so ein Arschloch rum. Boah, ich hasse Infizierten. Okay, bringt nichts, schade. Ich dachte, das könnte man in die Luft jagen. Wahrscheinlich können wir es auch nochmal drausschießen. Auch geil. Achtung. Die Pistole rechts am Bein. Pistole links in der Hand. Warum hat er die nicht links an der, ähm, Bein? Wird es nicht viel angenehmer? Eigentlich. Ah, scheiße. Zu blöd, einzelne Infizierte zu treffen. Aber es gilt genug, Scheißstangen nicht zu verfehlen. Boah, ich hasse solche Scheiße. Könnt auch einfach rüber rushen, aber wahrscheinlich, weil ich ja... Erschossen, erschlagen. Irgendwas Dummes passiert mir doch immer. Ich will da nicht raus, Leute. Und stuff. Okay. Ein ganzer Raum mit nichts. Ah, ich weiß, was wir vergessen haben. Wir müssen nochmal zurück. Da war der Koffer mit den Rubeln. Da war ich fast vergessen. Da hinten liegt er. So. Jetzt können wir weiter. Beinahe vergessen. Boah, das ist jetzt so ein Shitstorm gegeben. Alter, warum vergisst du eiskalt hier den Koffer? Bist du noch ganz dicht? Er speichert. Hm. Ich hätte doch lieber ne Scheiß-Schnellfeuerwaffe behalten sollen. Na, komm, 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 komm. Natürlich. Händen, Dreh. Haha. Erwischt. Sehr schön. Ich weiß doch, worauf das hinausläuft. Eine Deckung. Okay. Okay. Wird schwierig. Okay. Okay. Treff, 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 treff. Ja. Sehr gut. Boah, der liegt immer noch. Jetzt kann man direkt ins Gesicht. Und jetzt kann man mal direkt ins Gesicht. Du bist nicht schwer. Du bist es nicht. Schön, dass man hier so eine verzerrte, langsame Sicht hat. Okay. Warum verrätst du dich nicht? Ah. Danke, Junge. Danke, Junge. Zieleerfassung abgeschlossen. Für mich verkackt. Passiert, wenn man aus Lustigkeit besteht. So, jetzt aber. Noch ein vereisten. Noch mal ein zersprungener. Oh, den da hinten sehe ich doch sehr gut. Kommst du rein, Gleif? Bitte, 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 bitte. Nein, natürlich nicht. Klick, 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 klick. Was macht das da? Oh, wie geil. Äh, hallo? War da nicht noch einmal? Okay, noch mal von vorne. Noch mal schön einfrieren. Ja. Auf dem Rückweg eingefroren. Oh, scheiße. Oh, Gleif, Mann, mach keinen Scheiß. Einfach nur, weil ich ihn nicht leiden kann. Okay, einen nehmen wir noch mit. Ah, Munition. Sehr sozial, ganze 30 Schuss. Füllen noch drei fürs ganze Magazin. Oh, Gott, im Ernst. Bring'n wir mal die Kiste mit. So. Oh, ein Schwarzmord. Hey, der Yankee ist wieder im Lande. Ja, natürlich. Äh, nein. Ich will keinen Teknanomillimeter. Ja, Veresk Mikro wär schön. Oder den Aspector? Nein. Die Hammer auch nicht. Ich scroll mal runter. Wenn's gehen würde. Die Protector? Nein. AKS7. Ich würd schon, ja, sagen, zu so einer, aber... Verkaufen. Wenn ich jetzt mal meine Striker anguck, wie viel haben wir dann? 13 und 19 sind 32. Da müsst ihr noch einen Haufen von meinen... Einmal Abwehrkraft. Dann verkaufen wir mal die Striker. Natürlich kann ich mir jetzt den Koroboff nicht kaufen. Ich hab meine AK, so. Dankeschön, Dankeschön. Okay, ich glaub, das reicht fürs Erstellen. Wir machen mal Erweitern. Wir gehen mal auf die AK7. Wir machen jetzt mal nicht Präzision. Inferonhülsen. Rahmenerweiterung. Präzision oder Abwehrkraft. Präzision oder Abwehrkraft. Ich bin so in Entschlossen. Machen wir mal Präzision drauf. Vielleicht finden wir ja irgendwo nochmal einen zusätzlichen Slot. Okay. Weiter. Geht's. Weil dafür haben wir auch mega viel Money. Und wir kriegen sogar noch mehr davon. Oh, das sieht so aus, als ob das Level jetzt vorher bei ist. Ohne Mann. Natürlich. Hayden. Natürlich. Warum beschwere ich mich? Ich glaube, der Viech saugt dem Garakoll dem Leben aus. Das hier ist sehr alt. Manche wir im Programm gehen mir nicht im Sack. Ich weiß, dass mein Rechner verwirrt ist. Bin aber irgendwie zu faul, irgendwas dagegen zu tun. So, gucken wir mal an. Halt die Schnauze. So, das sind wir wieder. Ja, da gab es jetzt noch eine Sequenz, wie wir... Wie wir runtergefallen sind, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe absolut keine Effekte, das finde ich nicht so. Ich brauche Effekte beim Spielen, sind für ich Gegner nicht. Ich glaube, wir sollten uns beeilen, da hochzukommen, dass wir das Viech direkt einfrieren können. Irgendwas verstehe ich jetzt nicht. Oh, WTF, Mann. Was ist das für ein Fackviech? Leute. Ich verstehe es nicht Leute Cut Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Sector Bis dahin Auf Wiedersehen In der nächsten Folge machen wir natürlich hier weiter Bis dahin Ciao Ciao